Queer, Queer, Queermustach. Queer, Queer, Queermustach. Queer, Queer, Queermustach. Queer, Queermustach. Queer, Queer, Queermustach. Hey Leute und willkommen bei einem Redstone Tutorial. Heute trage ich den Skin von Tro M. Sys und ich zeige euch, wie man einen automatischen Dispenser baut. Viel Spaß. So und hier befinden wir uns nun in der Tutorials Welt, die ich mir mal ganz kurz hier generiert habe. Das geht ja mit der neuen Version, dass man damit einfach solche flachen Welten erstellen kann. Und das erste, was ihr denkt, ist bestimmt, was, Luca und Redstone, das geht überhaupt nicht, klar. Ich weiß, eigentlich kann ich das auch überhaupt nicht, aber das habe ich so ein ähnliches Tutorial gesehen und ich habe selber ein bisschen noch dran rumgespielt und ich konnte es echt ein bisschen einfacher bauen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das nachher aussehen soll. Und zwar, wenn wir hier auf den Schalter drücken, kommt nacheinander ganz, ganz viele Items da raus. Die können wir so alle einsammeln. Wir drücken wieder auf den Schalter und es hört auf. Also ich tue die mal ganz kurz wieder da rein. Ich habe einfach Diamanten reingepackt. Wir sehen hier einfach eine ganz normale Wand mit einem Dispenser. Da hinten ist ein Schalter, den habe ich angemacht. Dann habe ich hier ein paar Repeater hingepackt, die ich aber ein bisschen verzögert habe, sodass das Signal passend ankommt. Und zwar ist hier unten ein Piston, der geht immer hoch und runter und immer wenn, also das hier ist so eine Uhr, nennt man das glaube ich, Clock hat der Engländer das genannt. Und wenn man, dieser Block geht dann immer hoch und runter und dadurch wird dieses Redstone-Signal immer aktiviert und deaktiviert, wodurch dann der Dispenser ein paar Items rauspackt. Also ich versuche das mal ganz kurz hier für euch nachzubauen, damit ihr seht, wie das ungefähr geht. So könnt ihr das auch ganz gut in eine Wand einbauen einfach und dahinter müsstet ihr dann einfach ein bisschen Platz haben. Also ihr baut einfach eine Wand, Material ist egal, da ist dann ein Dispenser in der Mitte, da baut ihr einen Schalter, hier baut ihr einen, da baut ihr einen Button hin, hier packt ihr einen Schalter dran, den macht ihr aber an. Dann fällt schon das erste Ding raus, ich packe da schon mal was rein, warte ich zeige euch das mal, wenn ich den hier ranpacke und anmache, seht ihr fällt schon der erste Diamant raus. Ist jetzt noch ein bisschen unspektakulär, aber was schon etwas cooler ist, wenn ihr hier einen Redstone dranlegt, weg macht, immer wenn hier sich etwas verändert auf dem Block, kommt ein Item rausgehüpft. Allerdings können wir ja nicht die ganze Zeit irgendwie so einen Typen hier vorstellen, der das immer an und aus macht, sondern dafür haben wir hier diese Blöcke und das Ganze hinter der Geschichte, also hinter diesem ganzen Ding. Ich setze einfach hier einen Block hin, die Blöcke sind relativ egal, die könnt ihr auch so verändern, wie ihr das wollt. Wir setzen hier einen Repeater hin, den lassen wir einfach, das sieht hier ein bisschen komisch aus, aber das ist die erste Stufe. Das muss sich am Textgepack noch ein bisschen verändern, also das ist 1, 2, 3 und 4. Ihr lasst den einfach auf 1, danach wie ihr hier seht, bauen wir hier sowas, machen den unteren weg, packen hier oben gar nichts drauf, sondern eine Torch hier hin. Boah, das war keine Torch, boah, das war auch keine Torch. So, hier packen wir ganz normal Redstone hin und dann hier wieder ein Repeater, falsche Seite, hier ein Repeater. So, den Repeater packen wir auf die dritte Stufe ganz einfach, also nicht auf die allerletzte, sondern auf die dritte. Und hier packen wir nun wieder einen ganz normalen Block hin und hier drauf kommt Redstone und dieses Redstone wird einerseits gepowert durch diesen Repeater, aber auch durch diese Redstone-Fackel. Und wie ihr wahrscheinlich noch wisst, müssen wir es hinkriegen, dass, oh, da ist noch ein Diamant, wir müssen es ja hinkriegen, dass hier unten immer ein Redstone aktiviert und deaktiviert wird, beziehungsweise hingesetzt und wieder abgesetzt wird. Und dazu kommen wir jetzt mal. Wir buddeln uns nämlich hier runter und wir buddeln uns hier drei Blöcke runter und da setzen wir einen Piston hin. Darauf könnt ihr einen Block bauen, wie ihr wollt. Ich nehme da jetzt einfach mal Glas, einfach damit ihr es sehen könnt. Und da drauf könnt ihr nun Sand tun, ihr könnt da drauf auch Gravel tun, Sand habe ich gerade nicht, da ist Sand. Sand passt einfach mehr hier so in die Landschaft rein und naja. Was sich bestimmt auch einige nun fragen werden, warum ist hier eigentlich Glowstone? Ich kann ihn ja schon mal kurz hinsetzen, ich zeige euch mal ganz kurz, wie wir das nun weiterbauen werden. Und zwar, hier kommt wieder ein Repeater hin, der kommt auf Stufe 1 und hier kommt auch einer hin auf Stufe 1. Und hier 2, einfach damit hier, das ist nachher dieser Redstone, den ich vorhin davor gepackt habe, der immer aktiviert und deaktiviert. Hier hüpft wieder so ein Diamant raus, der nachher aktiviert und deaktiviert wird. Und zwar hat Glowstone die tolle Eigenschaft, ich zeige euch das mal ganz kurz hier, dass wenn das hier hochgeht, wird das hier alles gepowert. Und der Glowstone hat die Eigenschaft, dass ein Signal, wenn es von da kommt, kann zwar da hingehen, aber es kann nicht zurückgehen. Also das Redstone-Signal. Ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen erklären, sodass ihr das versteht. Naja, also das Signal kann halt hingehen, aber es kann halt nicht zurückgehen. Und das ist halt ganz gut, dadurch, dass dann das hier aktiviert wird und immer deaktiviert. Also wenn man das anmacht, kommen da ganz viele Sachen raus, weil das hier an ist. Und ihr seht, der Glowstone kann das Signal zwar dahin lenken, aber nicht dahin zurück. Und das hier wird immer aktiviert und deaktiviert, deswegen hüpfen da die ganze Zeit Items raus. Und ihr seht auch, dass in dem Spencer jetzt jeden Moment nichts mehr drin ist. Und er tickert einfach weiter rum. Wir werden das jetzt mal ganz kurz ausmachen. Das dauert dann immer noch ein bisschen, weil der einfach guckt. Warte, ich zeige euch das mal so. Das Ganze ist jetzt aktiviert. Wenn man jetzt damit aufhört, geht der Piston zwar runter, aber es macht noch ganz kurz weiter, weil das natürlich immer noch in einem kurzen Moment aktiviert ist. Und das war es auch eigentlich schon von diesem Tutorial. Also es sollte eigentlich auch gar nicht so lang werden. Das sind bisher so die ersten Annäherungsversuche von mir in die Redstone-Technik, sage ich mal. Ich werte einfach nochmal mit den Typen von Minecraft PG5, mit denen ich ja The Dropper gemacht habe, die hatten gesagt, dass die mir das eventuell ein bisschen weiter beibringen, damit ich euch in Zukunft auch Redstone-Tutorials bieten kann. Was mich einfach freuen würde, wäre übrigens, was ich noch sagen könnte, ich habe den Skin von, Moment, warte, wie hieß der? Troll, ähm, Sis, habe ich glaube ich schon im Intro gesagt oder ich weiß es nicht. Wenn ihr einen Skin wisst, dann schreibt den einfach in die Kommentare, wenn ich euren Skin anziehen soll. Ich würde mich übrigens auch noch über eine Bewertung freuen, wenn wir 1000 Likes schaffen, würde ich mich extrem doll freuen, weil das heißt einfach, dass ich, das, was ich hier gerade mache, gefällt euch, dass ihr weitere Redstone-Tutorials wollt. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, aber ich werde einfach eher ein paar simple, einfache Tutorials machen, die jeder, der auch ein kompletter Kacknub, so wie ich, in Redstone ist, der das auch nachbauen kann. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!